so jahre später und ich mache dieses let's play weiter es hat auch einen sinn denn zwischendurch sehr viel passiert und wir sind hier bei turning point und damit herzlich willkommen ja in einem szenario wo die deutschen es geschafft haben ich sag mal die deutschen es geschafft haben amerika einzunehmen so seltsam aber ich weiß gar nicht wo wir sind auch mal was das hat gewirkt gebe doch nicht ja das ist auch ist auch so ein ding was man selten macht ich weiß wo es lang geht ich gehe mal hier um das ist das jetzt von einem anderen sterben mein freund das geht so nicht ja coole sache also ich hab ein stück weit aber es wird glaube ich ein bisschen länger wie nämlich die waffe nein das sind keine feinde ok da wenn sie nichts mehr zusammen gut aus wir müssen da durch ach du das ist doch hoffentlich mache ich das jetzt nicht kaputt halt blau grün und jetzt muss ich tun es ist schon so lange her ich weiß nicht was ich tun so offen sei dass ich euer ernst das ist Ihr seht, ich bin ver- Geh weg Geh weg Immer weiter, Männer Hey, Sarge, wir sind hier auf der Südseite unter starken Beschuss Wir sind hier leider ziemlich beschäftigt, Mike Haltet euch, solange ihr könnt Alles klar, aber wir werden Carsten nicht helfen können, wenn ihr in den Keller reingeht Du musst helfen, Carsten, du musst wohl alleine reingehen Wenn du da nebenher rauskommst, musst du so unauffällig wie möglich vorgehen Alter, Mann, was ist das hier? Ich hab mich zu beschmeißen Ich sorg' mal lieber vor Ich sorg' mal lieber vor, dass ... ich hab wieder keine Moon Ich hab mir das auch gefall' Ich hab' mir das auch gefall' Ich hab' mir die Meine, kann man halt so gut Ob das auch irgendwie schon quasi war, wenn man die Schuhe und das ist ja so, dass man dann die Flasche oder die Flasche ist ja so, dass man das auch so gut ist Ich hab' mir das auch gefall' Und jetzt geht's wieder einmal. Danke, danke. Oh mein Gott. Danke, danke. Danke. Oh mein Gott. Ihr Nasen, ihr Partner. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe mein Ziel erreicht. Wie ist hier der Feind? Der Feind ist nie hier wenn ich die Waffe ziehe. Die haben schon alles mögliche erledigt. Ich hoffe hier gab es nicht. Ich habe mein Ding hier vergessen. Und da ist er weg. Der einzige Feind, den ich mit der Waffe erschießen konnte. Ich muss wieder alleine los. Ich bin ja sowieso alleine unterwegs. Das ist ja normal. Du gehst da rein und schaltest alle feindlichen Soldaten aus. Damit der Sprengtrupp nachwirken kann. Und natürlich. Ich schalte alle aus. Moment ich muss wieder mal umschalten. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Weil mir gerade komische Geräusche kommen, die mir nicht gefallen. Aber es ist alles in Ordnung. Ja. Ja weiter kann es gehen. Ja. Ja. Spielform setzen. Ja. Hakenkreuze wurden natürlich ersetzt. Ja. Es ist eigentlich auch egal ob die dabei sind. Ich sag dir wir brauchen Verstärkung. Fahrstuhl abstellen. Sammeln und Lagerräume sichern. Lagerräume sichern. Sammeln. Das war für mich. Ist das die Gestapo? Also irgendwie ja. Die Amerikaner haben es ja nicht so mit Geschichte. Wenn es in einer amerikanischen Firma ist. Wird halt immer ein bisschen zusammengewürfelt. Och die ging ja schnell zu. Aber jetzt wird sie meinen ja. Ja. Ihr wisst was ich meine. Weiß ich. Wiederholen. Ich muss mal. Ja ich hab nicht. Mir wird nichts mehr gekocht. Oh nein. Das war ein Offizier. Das war ein Koch. Ja ich soll alles säubern. Also mach ich das auch. Ich versuche es zumindest. Sehr spannend. Aber ich weiß nicht. Ja ich muss auch das sind. Ich weiß nicht. Ich habe auch die andere Seite. Aber die andere Seite. ein bisschen zynisch hinterfasst. Man kennt's. Ja, also gesichert. Küchenbereich. Achso, da kommt noch jemand. Jetzt muss ich aufpassen. Ich habe gleich gebrochen. Die Tiere verbringten. Alle Kreiskatoren haben kaputt geschossen. Auf. Schießen. Ja, ihr hast das bestimmt. Es wird nachgeladen, wenn ich gerade so richtig bei der Sache lasse. Ja. Ja. Ich bin schon wieder so, als müssten die Bescheid auch schön feuer. Der ist jetzt fertig. Der hat jetzt den einen Letzten erledigt. Der muss jetzt zum Aufzug kommen. Ja. 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 Du hast du dich nur rumgetrieben. Du erinnerst dich doch sicher noch an Castleton. Schön dich zu sehen, guck. Nein. Also gut, Castleton. Bringen wir's hinter uns. Nenn ihn wie wollt. Ich erinnere mich an Wiemand. Und was ist jetzt? Okay. Oh, unser erster Besuch im Weißen Haus. Und was machen wir? Wir jagen es in die Luft. Ach, wir sind gerade im Weißen Haus. Gehen wir nicht aus. Abonnieren. Gehen wir nicht aus. Gehen wir nicht aus. ? Seine... Okay, Carson. Die Wachen sind in erhöhter Alarmbereitschaft. Du musst einen anderen Weg nach oben finden. Ich werde kurz den Grundriss für dich checken. Ich hab's. Laut diesem Plan gibt es einen Speiseaufzug in der Küche. Carson, lass dich von Angelo dort hochziehen. Speiseaufzug. Ja, und das ist zum Thema, man muss alles alleine machen. Klar, und wo ist der Speiseaufzug? Okay, bist du bereit? Immer. Warum muss eigentlich immer ich die Drecksarbeit machen? Ja. Hallo, hallo, hallo. Was ist denn das jetzt? Das ist nicht normal. Das kann nicht gelesen werden. Die haben mich glatt rausgeschmissen. Leute. Leute. Ich bin leicht gereizt. Ja, ich bin wieder an der Stelle und ich hoffe, dass es nicht nochmal passiert. Ich schalte jetzt wieder um zum Spiel und jetzt geht es auch weiter im ganzen Geschehen mit dem Aufzug nach oben. Warum muss eigentlich immer ich die Drecksarbeit machen? Das hängt tatsächlich an. Ich hab sie gerade gereinigt. Leute, es tut mir richtig an. So kann ich nicht spielen. Ich hätte fast gesagt arbeiten, aber wir sind ja hier nicht. Es soll ja Spaß machen. Ich möchte mich mit diesem Part erstmal verabschieden, bis ich das alles so hinbekommen habe. Der ist leider etwas kurz ausgefallen und es ist ein bisschen spät. Das soll jetzt nicht heißen, dass es zu spät ist, um weiterzumachen, aber irgendwann verlierst du ja auch die Lust bei solchen Dingen, wenn dir das erzählt wird. Ich hoffe, meiner Xbox geht es gut, dass jetzt nicht da noch Probleme sind. Ich denke mal, das hat wirklich mit der CD zu tun oder auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall vor und sauber gemacht, wo das das erste Mal aufgetaucht ist, das Problem. Da verabschiede ich mich erstmal. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, weil sowas kann passieren. Das ist natürlich sehr, sehr schade, dass es passiert ist. Und verzeiht es mir bitte. Ich hoffe, ihr freut euch wenigstens, dass ich dieses Let's Play weitermache. Und da geht es auf jeden Fall. Dann gleich beim nächsten Mal weiter. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Das kostet euch nichts. Einfach ein Klick auf den Abo-Button und bis zum nächsten Mal. Ich bin erstmal weg. Tschüss.